Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed World, Let's Play Together mit Cranky, Sean, den Rocket Racer und mich. Was hast du? Ja, und ich habe gerade anscheinend so wie es aussieht ein Auto mit 5 oder 6 Spoilern. Ach nee, wir stehen ja alle auf einem Fleck. Was? Gar nicht wahr. Er meint die anderen ominösen Gestalten. Ja, die anderen ominösen Gestalten. Ach nee, wir stehen ja alle auf einem Fleck. Du scherzt Paul. Ich meine, andere Spieler, nicht wir. Ich, wir, wir. Wie, wir? Ich bin gerade am Wort. Oh, wieso fährst du denn gerade? Ja, wollen wir jetzt ein Cop-Rays machen? Cop-Rays? Ja, mach auch 7. Ich hatte gerade 7 FPS. Ja, geht nicht. Ich kann nur das eine Event dann wieder machen. Das ist eine von gerade in das Cop-Event. Nö, okay, ja. Oh mein Gott. Okay, Cop-Rays. Was soll das? Warum leckst du? Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich, ich, ich muss einmal ganz kurz... Was, mach schnell. Ich habe vergessen. Äh, ähm... Cranky? Bist du ein Depp? Ja, ich muss einmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ist ja unverzeihlich. So, ich habe dich jetzt unterbrochen. Ich muss meine Grafikeinstellung runtersetzen. Verdammt. Das geht ja nicht lang. Ja, das kann ich jetzt einladen. Oder hast du bei RAPs auf Fullside aus Versehen gestellt? Nee, ich habe auf... Auf Auszeit. Also, ich habe meine, meine Dinger wieder eingestellt. Das sind deine Dinger. Das sind deine Dinger. Ja, meine Dinger. Ja, deine Dinger. Ja, deine Dinger. Ja, wenn ihr so nicht wert könntet ihr mich jetzt einladen. Okay. 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 Also, annehmen. Weiß aufs Ziel, die Auto. Oh Mann. Ja, Rocket Racker. Racker, der kleine Racker, der kleine Rocket Racker. Warum hast du so ein Hissing-Wagen? Hier, Jakob. Aus Jux und Tolerant. Meint, die ging es sich geil aus. Nein. Die und meint. Crankys finde ich immer noch am besten. Ja, meine, hat doch die beste Lackierung, Mann. Ja, der Blatt weiß. Ja, der Blatt weiß. Ja, der Blatt weiß. Natürlich, der Blatt weiß. Ja, klar, die eine ist der Blatt weiß. Die andere weiß, der Spoiler weiß, ne? Ich habe Natur geklaut. Oh Mann. Oh, wie hängen die hinterher? Nein. Was ist los? 23 FPS. Budi, geh weg. Mein Spiel hat sich aufgehangen. Mein Spiel hat sich aufgehangen. Game over. Nein. Nein. Game over. Alter, seid ihr nicht ernst, oder? Nein, das ist kein Scherz. Ich stehe hier gerade. Shit. Shit. Okay. Ja.